Guter Low Kick. Schöne rechte Gerade wieder. Jetzt fängt Ledoux hier an, seinen Gegner auseinander zu nehmen. Und er knockt den hier knallhart aus. Richtig schön. Links-Rechts-Kombination schickt seinen Gegner auf den Boden. Red Corner, Jean Hudebo! Jean Ledoux mit dem Knockout in der zweiten Runde. Fight 24. Home of True Warriors.